Die Supermarktkette Lidl hat ein Video bei YouTube veröffentlicht, das ziemlich viral gegangen ist und die Gemüter deutlich erhitzt. Im positiven wie im negativen Sinne. Wir gucken uns das mal ganz gemeinsam genau an. Moinsam, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen, das Video ist hier veröffentlicht worden per YouTube und auch auf der Facebook-Seite eben von Lidl, wie man hier sehen kann. Und ich läuter euch jetzt mal, wie ich dieses Video gesehen und wahrgenommen habe. Man sieht das Ganze hier schon, gute Tat am Automat, mit einer kleinen Geste Großes bewirken. Und da geht es um eine Zusammenarbeit zwischen Lidl und der Tafel Deutschland. Und wir wissen, in Deutschland gibt es knapp 1000 Tafeln und das sind viel zu wenig für die Leute, die wirklich Bedarf haben, kostenfrei Lebensmittel zu bekommen bei einer Tafel. Das ist ganz, ganz erschreckend, wie ich persönlich finde. Dann haben wir zusätzlich die ganzen Rentner in Deutschland, die Flaschen sammeln gehen. Und so wird das auch dargestellt, diese ältere Protagonistin im Video geht Flaschen sammeln, wird dann auch noch von ein paar Jugendlichen mit einem Schneeball beworfen, wo jetzt hier Schnee liegt. Also wirklich keine schöne Situation. So würde verlierend will ich es nicht nennen, aber es ist es eigentlich, im Müll anderer Menschen zu kramen, in der Hoffnung, dass du eine leere Flasche findest, für 25 Cent. Das macht die Dame auf jeden Fall, bekommt dann aber noch, wie im Bild auch hier gerade zu sehen, von dem netten Jungen eine Flasche geschenkt. Und das ist eine ganz tolle Geste, so wird das in diesem Video dargestellt. Und ich weiß nicht so ganz, ob das richtig ist, dass man so ein Video macht. Aber im Endeffekt muss man ja klar sagen, sie haben erreicht, was sie wollten. Das ist eine Werbung für Lidl, das ist eine Werbeaktion für diese Tafel und es geht halt speziell auch um diese Situation, nämlich wie sie ganz genau hier heißt. Dieses Engagement, was Lidl an den Tag legt, halt hier gute Tat am Automat bedeutet. Man kann hingehen, ich werfe jetzt vier Flaschen rein, würde eigentlich einen Euro Pfand bekommen, drücke an dem Automaten dann aber drauf. Ich spende das Geld und dieses Geld geht wohl zur Tafel. Wie viel Prozent davon, wie viel Bearbeitung, weiß ich nicht. Dazu konnte ich so nichts finden, aber nichtsdestotrotz, da kommt etwas an. Denn wir sehen hier, dass Lidl damit halt auch wirbt. Im gesellschaftlichen Engagement wird das Ganze genannt. Starke Partnerschaft mit der Tafel Deutschland. Hier über 970 Tafeln, die es in Deutschland gibt und so weiter. Und dann heißt es nämlich hier, die Pfandspende der Lidl-Kunden, durch die bereits 30 Millionen Euro an Spenden für die Tafel zusammengekommen sind. Und klar, der eine oder andere wird sagen, mir tut es nicht weh, ob ich da jetzt einen Euro, zwei Euro an Pfand nicht bekomme an der Kasse. Ich kann das machen und drücke gerne drauf zu spenden. Und das finde ich ist eine gute Aktion, das ist eine schöne Idee. Okay, schöner fände ich das persönlich noch, wenn Lidl dazu sagen würde, okay, wenn jetzt da ein Euro draufsteht, wir erhöhen diese Spendensumme von einem Euro um 10 Prozent, um 20 Prozent, vielleicht um 30 Prozent. Irgendwie sowas. Man kann natürlich jetzt damit ankommen, dass der geehrte Herr Schwarz, also der Besitzer der Lidl-Gruppe oder der Schwarz-Gruppe, wozu Lidl-Kaufland und so weiter gehören, dass der ein Vermögen angeblich von über 40 Milliarden Euro hat. Und ich bin der Letzte, der jemandem was missgönnt. Der wird auch selber bestimmt viel, viel spenden, aber ich glaube, die Aktion könnte man noch ein bisschen größer machen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, und jetzt sehen wir das Ganze hier. 3.550 Projekte konnten bisher mit Hilfe der Spendensspenden unterstützt werden. 500.000 Euro spendet Lidl jährlich für den Tafel Zukunftsfonds. Wirklich klasse, muss man hier positiv erwähnen. Das Video regt aber bei mir auch negative Gefühle an, wie bei zahlreichen Usern per Twitter, die sich darüber sehr, sehr stark hier echauffiert haben, als sie erfeiert, dass Renten Flaschen sammeln müssen, um zu überleben. Fragezeichen wird hier gestellt. Tafeln waren eine gute Idee. Wenn man sich aber ansieht, welches Klientel sich dort vorrangig gut bedient und so weiter, wird hier von Johannes Norman kritisch in Frage gestellt und so weiter. Ekelhaft, schämt euch und so weiter. Kann ich ebenfalls auch verstehen. Es ist unangenehm. Es ist sehr, sehr unangenehm. Aber auf der anderen Seite, es ist die Wahrheit. Aber ich glaube, ich finde die Umsetzung hier einfach schlecht. Insofern, weil was soll dieses Video jetzt suggerieren, dass die Dame nachher ihre gesammelten Flaschen hier Pfand reinhaut und dann hier aus alter Flasche steht neu und hier hinten steht das auch die gute Tat am Automat. Soll jetzt die Rentnerin, die auf die Flaschen angewiesen ist und auf das Flaschenpfand, selber auf Spenden drücken, damit es bei der Tafel ankommt und sie geht dann zur Tafel. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Ich glaube, das hätte man inhaltlich einfach ein bisschen sinnvoller umsetzen können, dieses ganze Projekt, dieses ganze Video. Dann wäre das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen, ja, ich sage mal, positiver angekommen. Und wenn wir uns das Ganze hier zum Thema Positiv auch bei Facebook angucken, hier wiederum kommt es sehr positiv an, dieses Video habe ich das Gefühl. Hat hier knapp 500 Kommentare erzielt bei über 12.800 Likes. Das scheinen wirklich nur Likes zu sein, nur Daumen hoch, kein lachender Smiley, kein auslachender oder sonst was. Ganz interessant. Aber hier zum Beispiel die Daniela Gelhaar hat nämlich hier ganz passend dazu geschrieben. Es ist schön, dass es so ein Projekt gibt. Allerdings sollte sich die Bundesregierung mal mit diesem Spot beschäftigen und die Spende der Dame außen vor lassen. Es ist traurig, dass in unserem oder in so einem Land wie unserem immer nur Fremde von anderen hart verdienten Steuergeldern unterstützt werden. Leider aber nicht die, die 45 Jahre gebuckelt haben und unser Land zu dem gemacht haben, was es ist. Eins der reichsten Länder. Ja, dass Deutschland das reichste Land ist oder eines der reichsten Länder, das mag noch aktuell vielleicht so sein. Aber das geht ganz, ganz weit in den Keller runter. Dr. Daniel Schelter hat da bereits vor Jahren ein Buch darüber geschrieben, das ich euch absolut empfehlen kann. Das Märchen vom reichen Land. Das ist nämlich nicht mehr wirklich so, wie es mal angeblich irgendwann vor Jahren war. Im Gegenteil, wir sind auf dem komplett absteigenden Ast. Und die Dame spricht das ja richtig an. Wir haben Geld für jeden, für jeden, ausnahmslos. Und abgesehen von den Rentnern, von denen, die viel arbeiten, denen nimmt man sehr, sehr gerne viel, viel, viel Steuern und alles ab. Und auf der anderen Seite bekommt man hier die Vollversorgung, wenn du noch nie einen einzigen Cent eingezahlt hast. Und genau das geht vielen, vielen Leuten einfach gegen den Strich. Das passt vielen Leuten nicht und haut einfach hin und her nicht mehr zusammen. Und daran muss sich etwas ändern. Daran sollte die Regierung endlich mal etwas ändern. Denn erschreckend ist es doch wirklich, wie viele Menschen in Deutschland wirklich abhängig sind vom Flaschenpfand. Das ist, gerechnet an den Menschen, die davon abhängig sind, der siebtgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Das mag man sich mal auf der 10.00 Uhr Zunge zergehen lassen hier. Das ist eine Anzahl von 237.000 Menschen, die regelmäßig Flaschenpfand sammeln gehen. Und das ist wirklich absolut erschreckend. Wisst ihr Leute, so kann es nicht weitergehen. Das sage ich sehr häufig in meinen Videos und werde ich auch weiterhin tun. Denn es kann einfach nicht sein, dass Menschen, die jahrelang in dieses System eingezahlt haben, Menschen, die dieses System jahrelang unterstützt haben, dann aber eine Rente von unter 1.000 Euro bekommen. Das ist bei jedem zweiten mittlerweile so. Und dementsprechend sich die Miete, das Essen vor allem und auch andere Kosten einfach nicht mehr bezahlen können. Und der Trend wird ja nur noch schlimmer. Es ist ja nicht so, dass es jetzt danach aussieht, ja gut, in einem halben Jahr wird das Ganze besser. Nein, im Gegenteil. Wenn man sich auch überlegt, dass die Ampel über die nächsten drei Jahre hinweg 600 Millionen Euro einsparen möchte bei den Rentnern, weiß man ja, dass die noch weitere immense Probleme bekommen werden. Dagegen spreche ich mich hier einfach klar aus. So kann es einfach nicht weitergehen. Deswegen schreibt jetzt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich bin gespannt drauf. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.